Dein Leben ergibt keinen Sinn. Du hast nämlich keine fünf Sinne, auch wenn das dir die ganze Zeit erzählt wurde. Hä? Geschmacks-, Hör-, Seh-, Geruchs- und Tastsinn. Komplett falsch. Du hast nämlich noch viel mehr. Und ich meine, hier keinen übernatürlichen Sächsten sind, der dich zu einem Nachwuchs-Ghostbuster macht. Hast du schon mal auf eine heiße Herdplatte gefasst? Schmerzempfindung sei Dank, ist das hoffentlich bei einer einmaligen Sache geblieben. Im Sommer wirst du mal wieder in deiner Dachgeschosswohnung gebacken? Ja, dann bedanke dich doch bei deinem Temperatursinn. Oder hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wie die Longboard-Tour ausgesehen hätte, wenn wir den Gleichgewichtssinn nicht in uns hätten? Und bei dieser Art Videos, in den Leute von Stiefbrüdern aus Waschmaschinen gezogen werden müssen, kann man sich fragen, funktioniert eure Körperempfindung noch richtig? Zugegeben, den Sinn für Humor gibt's nicht bei jedem. Trotzdem kannst du dir jetzt merken.